Gegen Mittag erreichten wir nach Harten für 27-stündigen Kampf den Ausstieg und drückten uns schnell die Hände. Hart war der Kampf, der uns das Leben wieder schenkte, denn wer nicht setzt, das Leben ein. Nie wird ihm das Leben gewonnen sein. Genau, Herr Coet, ihr gebreiter Kurz. Versorgung. Dürft aber auch von mir was auf den Gast haben, ihre Jungs. Göln, Nordwand, Matterhorn, Warnsteigkante. Das war eine Erstdurchsteigung, ein ganz schwerer Aufliegen. Jetzt, Herr Marien, haben alle für unmöglich gehalten, dass mit der Haie raufkommen. Alle Achtung, warum sind die Bänder nicht in Berner Oberland oder machen den Eiger? Weiß ich nicht. Ach, das weiß ich nicht. Warte, dann kommen Sie mal hin. Hier. Dienstag mit der Kastlass sind die 40 Mann Spesen ausgezahlt und dann gehen sie ins Materialnager und bauen sich eine Rettina. Und dann ab nach Berchtesgaden. Herr Schiff, grüß an Ihre Jugendfreunde. Sagen Sie, das Deutsche Reich, allen voran unser geschätzter Chefredakteur, zähl auf Sie. Sagen Sie mal.